Hallo meine Purefreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen etwas kleineren Artikel für euch und zwar die Moskitos von Leslie. Das sind ja so kleine Aufstiegseffekte mit einem richtig lustigen Ton. Lohnen sich auf jeden Fall jedes Jahr die zu kaufen. Die kosten 1,50€ je nachdem wo man die kauft. Kann auch 1,70€ kosten. Zum Beispiel gab es die beim Zimmer und für 1,70€. So erstmal das Design ist richtig witzig. Hier so kleine Moskitos halt. So wenn das mal scharf stellt. Ich versuche das mal hier noch ein bisschen anzuleuchten. Okay das bringt auch nichts. So jedenfalls hier diese kleinen Moskitos. Richtig witzig. Von Leslie. NEC ca. 9g. Also auf 6 Stück 9g verteilt. Das ist nicht so viel. Denkt man sich jetzt aber ich sag euch im Test. Überzeugen die Teile. Sie sind echt richtig richtig witzig zu zünden. Ja und ich gehe dann mal raus und teste die Teile für euch. Ja und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So und jetzt die aktuelle Charge der Moskitos. Mit dem grünen Ring oben. Let's go. Ja wie das hier schallt. Das ist richtig geil. Der zeigt den zweiten hinterher. Der erste war ein bisschen lauter. Alle Teile machen einfach nur richtig viel Spaß. Kann ich euch nur empfehlen zu kaufen. Ja. Ja. Ja.